Dahinten läuft einer. Pass auf, Leute, hier in deinem Haus. Okay. Mann! Das kann doch ja nicht hin. So ein dummes Schwein, oder? Oh, jawohl. Wo sind die? Oh, hier oben. Ne. Hallo, Freunde, und herzlich willkommen wieder zu einer Runde Let's Play Battlefield 4 Online Multiplayer. Ich bin Mucka Liam C. und ich habe den Manne hier. Hallo, hallo. Und den Dolly, der ist auch dabei. Morgen. Ja, heute mal eine Runde Feuerschaft auf Morgen, der Merre. Mal gucken, was wir hier so reißen können. Einiges, glaube ich. Ja. Ich komme mal als Sturmsatat. Dann hefte mich mal Manne an den Fehl. Los, 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 sagt er. Den habe ich ja fast weggeholt. Sind die überhaupt welche drinne? Ja. Ach, da liegt er. Jo. Hättest du auch was sagen können, oder wat? Naja, bei mir stand er. Du meintest wohl einen anderen. Bei mir stand er. Halt's mal. Ja, auch, aber nicht so. Okay, gehen wir hier hoch. Komm, Dolly. Nein. Bei mir stand er. So, ich stehe wieder. Na, wo sind sie? Wo sind sie? Habt ihr alles im Griff? Oh, Mann, Alter. Drümer auf anderen Seite. Hat sie gesetzt? Hm, ich bin gesetzt. Jawohl. Sehr schön, Dolly. Vielen Dank. Kein Problem. Den habe ich. Da drümer auf anderen Seite, meine Damen und Herren, hier ist aber irgendwas. Ein-Habbing-Hummen-Haus. Oh, mein Haus. Oh, Gott, ich schweiß ich, Flash genau von meiner Fresse. Ach, ne, wer Rauchgranaten wird. Wunder mich, warum kein Flash steht. Oh, verdammt. Hätt fast geklappt. Dreckige Mu. Danke. No bad languages. Tschüss. Oh, bam. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Hallo, hallo. Alpha, Alpha. Alpha. Meine Alpha. Bravo. Ich renne hier in die Kleber, habe ich gedacht. Aber das war unsere. Ich renne hier in die Kleber, habe ich gedacht, ich bin tot. Das ist alles voll, Mann. Ja, das ist von Rau. Alter, das ist wieder da Blut, oder was? Gärtner. Oh. 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 Das ist mit der Fick. Ich liege. Und lehendisch, also hier ist Rau. Doppel, Junge. Doppel, durch die Rau, durch die Rau. Ich glaube, ich bin tot. Ja, ich liege hier. Ich brauche uns an. Ich liege auch. Willing, Leute. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Medic ist aus heute. Oh. Alter, kommt der hin. Der war so schnell. Ist da einer? Sicher? Die sind überall anders, Alter. Komm, komm, ne. Komm mal hin. Charlie oder Bravo hier? Bravo. Danke, danke, heißt Gutschi. Oh, japanisch hab ich grad hier gehört. Oh, der ist auch ein Hit. Also, der hätt da liegen müssen, normalerweise. Normalerweise. Alter, Hilfe als Kill. 99. Nein, die liegen da um der Ecke, dann auch vor euch. Drei Leute. Ah, der ist wieder hoch im Haus hier. Hippie-Elmo. War ich noch weg? Nein. Nein. Weiß ich auch nicht. Wenn man sich so nennt, gar nicht. Hippie-Elmo. Hippie-Elmo ist doch geil der Name. Nicht ein bisschen stolz in den Körper. Weil ich ein Hippie bin. Ja, habe ich euch schon mal erwähnt. Ich werde wohl wahrscheinlich Wikipedia verklagen, ne? So? Wieso? Ja, ich habe mich heute Morgen mal selbst gegoogelt. Oh, da steht drinne, dass Mucker für Duckmäusertüben hier steht. Für Heuchelei. Krieg ich ne bodenlose Frechheit, also. Nee, gar nicht. Wie, was Wikipedia sagt, ne? Mhm. Die, die nicht eine Ahnung haben von so Sachen. Größten Schwindler ever, ever. Ja, Mucker steht für Duckmäusertüben und Heuchelei und... Heu ist bescheid. Ja, hehehe, ja. Das ist witzig, ne? Ich finde da gar nicht. Mucker wie A.K.A. der Heuchler. Ja. Ich habe mir so gedacht, ah scheiße, das hätte ich wohl gar nicht machen dürfen. Das wächst ich bloß noch mehr auf, dass du diesen Namen machen und dann hast Feuer an. Ja. Obwohl ja Mucker eigentlich einen ganz anderen Ursprung hat. Na? Musst du noch einen Bericht verfassen für Wikipedia, oder was? Ja. Ja, richtig. Das war mal... Oh, Clay. In die Clay von Hibby Elmo bin ich denn gelaufen. Oh, das ist schon wieder. Ey, der ist so ein Dreckscamper, ne? Liegt er da hinten in die Ecke, ey. Keine Eier sich mal rauszutrauen, um die Häuser zu ziehen, ne? Meine Fresse. Obwohl wir die Häuser sind. Kann man bloß... Kann man bloß so eine Weisheit für seine Ecke? Meist ist eine Couch Potato. Ja. Und schön schön schön. Und schön schön Stubenhocker einfach. Hm, egal. Stubenhocker ist auch einst. Der zweiwürdig... Zwei zweideutigsten Sachen, Alter. Nein, ich krieg auf die Fresse, Mann. Fresse, Mann. Fresse, Mann. Fresse, Mann. Fresse, Mann. Mann. Ja, wir haben gewonnen. Auf ihn, ey. Vorwärts. Attacke. So, jetzt machen wir noch eine zweite Runde. Mal gucken, ob sich das Ganze bestätigt. Oh, hier, Alter. Das haben die anderen ja schon gemacht, weißt du? Ich hab'n Divisions-Upgrade. Juhu. Ich spiele jetzt in der zweiten Liga. KD. Oh, her wohl. Ah, hippie Elmo, Junge. Was soll das Ergebnis, weißt? Da sieht man mal. Das ist Professional Gameplay, was der da abliefert. Ja, auf jeden. Ich bin den Standard so hoch gesetzt. Muss jetzt mal rankommen. Elric Stark. Elf zu Elf. Läuft. 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 Aber guck mal, wir haben den, wir haben den Bass-Bunker. Damit, damit können wir ja bloß gewinnen mit ihm. Ne, wir haben dich auch im Team. Das zieht wieder runter. Hä, wieso? Bist du fertig? Alles, was der andere da wegschießt oder was, da stirbst du ja. Bein Vorteil ist ja, wenigstens sucht Dolly wieder nicht aus, Weißer. Ich kann ja mal wieder einen Game Mode aussuchen hier. Dann ist wieder der Geschreie groß. ja du musst aufpassen die sind da links ob ich schlecht geschossen wo oben 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 der oben drauf läuft jetzt rum wohnen mann der jungen mulli war herren das eine an mann des kreis gelaufen ist das dachte ich das wäre der nein ich bin tot mann alter von da unten naja wohl 6 Prozent überlebt ja werden in der Händler sind naja haben und nicht haben dr von der wir mal wieder von mir hat die Halle und Playmore seit ihr jungs Nein, wieder der, ey. Der kann da, Mann. Der weiß war da immer. Der kann da, kann da. Kann mir mal am Arsch lecken, kann der. Der kann mir mal am Püppis lecken. Am Püppis. Ey. Ehrlich, jetzt? Oh Mann, die kämpfen aber auch da oben, ist ja eklig. Hol die noch mal runter da, komm. So. Ich muss jetzt wieder, ich muss jetzt wieder 5 was sterben, bis hier einer rumschreit. Alter, ich krieg den nicht, ich krieg den nicht. Alter, wie kann man sich KK6AK916S-Wim, Alter. Geht denn das? Wie kann man sich Heuchler nennen? Halt' ich. Wollte wohl nicht. Ich würd' sagen. Ich hab' mich selber nicht so genannt, mir wurde dieser Name verpasst. Ich wusste allerdings nicht, was das für Folgen und Auswirkungen hat. Ja? Du warst jung, man brauchtest das Geld, ne? Ja, ich hab' gedacht, die denn nicht muckern, weil ich immer so aufmuck, weißt du? Zack! Gegenangriff, Junge. Kriegt der Junge. So war das eigentlich auch gedacht. Aber scheint wohl so, als müsste ich die Situation nochmal überdenken, meinen Namen nochmal überdenken. Muck, Alter, hinter dir, von hinten, von hinten, Mucka, da kommt einer hoch. Ja, ja, ja. Ja, ja. Allerdings hat mich der von vorne erschossen. Ach so. Ach, dieser KK-6-AK-9-6-S-Wim. Swim. Wir kriegen auch Beni eingenommen. Manne, kommen jetzt alle. Der bekloppteste Nickname, den ich je gehört hab, Alter. Also sind die echt mit dem Nerven. Können wir dich jetzt eigentlich auch immer so nennen, so? Heuchli, Heuchli, oder Heuchli ist so n'n guter Name. Guck mal, ich hab hier schon rauf gemacht, Mucka, wir müssen verstecken. Ja, sieht gut aus. Oh. Oh, da kommt die da hoch, kommt die da hoch. Heuchli? Oh. Mann, du bist tot. Ich schieße hier mit Plasmatoren, oder was das so geht? Plasmus? Ich bin tot. Da kommt einer von hinten hoch. Kommt zwei hoch, Mucka. Mucka. Gleich von hinten. Oh, ich hätte etwas gehabt. Was ist denn los, ey? KK-6-AK-9. Ey, dieses Scheiß-Piff-Paff-Mist, Alter. Ja. Du, die sind halt so. Was willst du halt machen? Ja, ja. Ah, diese Weich-Pieken hier. Juuu. KK-6-AK-9-1-6-Win. Hat mich getötet. Oh, ich hab ihn noch gekriegt, ich hab ihn noch gekriegt. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, nein. Oh, ja. Da sind 5, 6 Leute oben drauf. Nein. Ich hab jetzt. Ich hab jetzt, ich hab jetzt. Ich wusste auch nicht, warum rennt man eigentlich immer wieder hin? kann ja die an der beiden fahren eigentlich einnehmen normalerweise dort kommt das kann ich mir jetzt jetzt mal meine claim aus mit kann ich absichern Wo sind wir hier? Wir haben die Kontrollenweinsatz ziel Charlie. Rappert. Jupp. Sehr. Tada. Ach man. Ja shit man. Oh hier zu langsam. Hier zu langsam. Ja Spimmelspiel ey. Das ist auch nicht richtig ne? Ich hab den Battlegern hier verboten. Yo Baby. Rpg. Ich liege. Ja ich bin kein Sunny mehr. Ich hab jetzt... Das ist schön. Das ist gut. Der gibt's doch wohl nicht. Der gibt's doch wohl nicht. Dahinten läuft einer. Pass auf die Hände im Haus. Okay. Mann. Da kann er ja nicht hin. So ein dummes Schweine. Ach jawoll. Wo sind die? Kommen wir doch hier oben. In der Ecke da. Jetzt hab ich C4, Alter. Ich hab doch Claymores eingestellt. Wo ist der? Oh jetzt steht der oben, Mann. Also wir müssen mal was einnehmen. Ich glaub wir verlieren. Und lass versuchen die anderen Dinger einzunehmen. Mitte Piff Paff. Ich muss Piff Paff spielen. Hey Baby Elmore. Das ist so eine Muschi ey. Jawoll. Danke Moga. Ja bitte. Ich hab gar nichts gemacht. Alter. Was ist denn das ey? Oben drauf steht der, Alter. Hippie Elmo. Ganz oben drauf. Pfff. 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 Und teabaggt mich. Ich glaub ich spinn. Ja 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 ja. Das will mir rollen, dieses Spiel. Keep rollin, 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 rollin. Das will mir rollen. Ja. Piu, piu, piu. Ganz toll. Yo. Ich liege. Haltet, die Runde ist echt nicht gut. Wir hätten aufhören sollen eben. Ach man ey. Aufhören. 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 Ich hab's aufgehört hier. Ich hab's aufgehört. Ich hab's aufgehört. Ich hab's aufgehört. Was? Ja. Ich hab's aufgehört. Okay. Buh. Ich hab's aufgehört. da dann da 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 hey der ist da oben drin was gibt er ja nicht da da die stellen wir noch auf dem Dach alter heute hauen wir auf die Pauke heute wackelt hier die Wand ach man ey die Runde ist doch fürn Arsch fürn Arsch da die Arsch steigen alter wir verschwunden wir können doch drehen jetzt naja ja ganz genau hoffnung mich aufgeben das ist das wichtigste guck mal hier haben wir doch schon wieder eine Flagge aber ich weiß gar nicht wo ich hier hinlaufen soll ja klar der schießt da ach ich sag dazu nix mehr ich sag dazu nix mehr ich sag dazu nix mehr yo er hat die Reflexe von der Katze ich glaub auch ich glaub auch Mann ey ich hab Hunger du bist nicht du du bist nicht du 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 wirst da du ich hab' da kommt der nächste hin da kommt der nächste es ist vorbei und endlich ist das Volk ausmacht vorbei 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 ich finde nur ein bisschen ja solle mit dem becks rasch ja das war wieder mal eine schöne runde wo z die haben wir wieder auf den sack gekriegt hat ja 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 genauso gefallen hat wie uns lassen doch um da wenn ich jetzt auch nicht schlimm denn da unten da lassen ja wenn das ding genauso gefallen hat wie uns danke dass ihr dabei wart und bis bald